Die Deutsche Bahn ist nicht nur der größte Eisenbahnkonzern Deutschlands, sondern auch einer der größten und beliebtesten Arbeitgeber der Bundesrepublik. Und im Bewerbungsprozess der Deutschen Bahn ist einer der wichtigsten Schritte das Vorstellungsgespräch, bei dem du die Personalabteilung von dir überzeugen musst. In diesem Video gehen wir deshalb darauf ein, was dich dabei erwartet und wie du dich vorbereiten kannst. Viel Spaß! Erstmal ganz allgemein gesagt, sieht der Bewerbungsprozess natürlich etwas anders aus, je nachdem mit welcher Vorbildung und für welchen Beruf du dich bewirbst. So kannst du dich zum Beispiel als Student direkt online bewerben und wirst dann auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Wenn du dich aber als Schüler für eine Ausbildung oder ein duales Studium bewirbst, musst du jedoch zunächst einen kleinen Online-Test absolvieren. Als Fachkraft oder auch als Akademiker wiederum kann es sein, dass du erst an einer Eignungsuntersuchung, also einer Art Einstellungstest, teilnehmen musst. Fakt ist jedoch, dass das Vorstellungsgespräch, egal für welchen Beruf und mit welchem beruflichen Hintergrund du dich bewirbst, ein fester Bestandteil des Bewerbungsprozesses ist. Schauen wir also mal nach, was genau dich dabei erwartet. Das Vorstellungsgespräch findet in der Regel per Telefon oder in Form einer Videokonferenz statt. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass du das Ganze deshalb auf die leichte Schulter nehmen solltest. Nur weil das Gespräch nicht in einem Büroraum stattfindet, sondern vielleicht bei dir zu Hause am Küchentisch, solltest du es nicht weniger ernst nehmen. Sei also pünktlich im Plan auf jeden Fall genug Zeit ein, denn so ein Gespräch kann durchaus bis zu einer Stunde dauern. Am besten gibst du außerdem deiner Familie oder deinen Mitbewohnern Bescheid und bittest sie, dich nicht zu stören, damit du beim Gespräch nicht unterbrochen wirst. Ich zum Beispiel entferne in solchen Situationen auch immer alles, was mich irgendwie ablenken könnte. Ich sorge also zum Beispiel dafür, dass nur Unterlagen auf meinem Schreibtisch liegen, die ich auch wirklich brauche. Zunächst begrüßt du natürlich deine Gesprächspartner. Eventuell wird an der Stelle auch gleich ein kleiner Smalltalk geführt. Daraufhin ist es dann üblich, dass deine Gesprächspartner sich vorstellen. Manchmal führst du so ein Bewerbungsgespräch dann nur mit einer Person, in anderen Fällen aber auch mit mehreren. Wenn letzteres der Fall ist, ist wahrscheinlich ein Mitarbeiter der Personalabteilung und eventuell dein zukünftiger Vorgesetzter oder Ausbilder anwesend. Und bevor das Interview dann richtig losgeht, wird dir vermutlich auch erklärt werden, wie der weitere Ablauf des Gesprächs geplant ist. Es kann gut sein, dass du deinen Lebenslauf mit den Anwesenden nochmal durchsprichst. Du gibst also quasi noch einmal das wieder, was im Lebenslauf steht, gehst allerdings natürlich auf alles etwas genauer ein. Es ist also wichtig, dass du noch gut mit dem vertraut bist, was du damals in deinen Lebenslauf geschrieben hast. Fragen, die hier auf dich zukommen können, sind zum Beispiel Was genau waren deine Aufgaben bei deinem Praktikum XY? Wie kommt es, dass du in Deutsch eine schlechtere Note als in allen anderen Fächern hast? Welche Fähigkeiten hast du bei deinem Nebenjob XY erlangt? Warum hast du gerade diese Fächer als Leistungskurs gewählt? Ja, mit solchen Fragen können sich deine Gesprächspartner einfach ein besseres Bild von dir und von deinem Werdegang machen. Du solltest dich auf jeden Fall darauf einstellen, bezüglich deiner Motivation und deinen Interessen befragt zu werden. Die folgenden klassischen Bewerbungsfragen solltest du also beantworten können. Warum möchtest gerade du bei der Deutschen Bahn arbeiten? Wie wolltest du auf diese Stelle oder diese Ausbildung oder dieses Studium aufwärtser? Was erwartest du dir von der Ausbildung oder dem Studium oder dem Job? Welche Vorteile versprichst du dir von der Karriere bei der Deutschen Bahn? Diese Art von Fragen sind sehr wichtig, weshalb du dir die Antworten vorher schon einmal überlegen solltest. Du brauchst deine persönlichen Antworten natürlich nicht auswendig zu lernen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, über alle Fragen schon einmal nachgedacht zu haben. Da es beim Vorstellungsgespräch für gewöhnlich darum geht, dich besser kennenzulernen, werden dir in der Regel auch Fragen zu deiner Persönlichkeit gestellt. Das können zum Beispiel sein, was sind deine Stärken? Auf welchem Gebiet kannst du dich noch verbessern? Wie gehst du mit Konflikten um? Oder auch, wie reagierst du in Stresssituationen? Ja, und bei diesen Fragen ist es wichtig, dass du authentisch bleibst und ehrlich antwortest. Damit überzeugst du dann deine Gesprächspartner deutlich besser, als mit vielleicht spektakulären Antworten, die aber dann gar nicht der Realität entsprechen. Wenn du dich für eine Ausbildung oder ein Studium bewirbst, dann ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass dir in diesem Gespräch fachliche Fragen gestellt werden. Wenn du dich als Berufseinsteiger oder Berufserfahrener bewirbst, dann kann es jedoch sein, dass deine Fachkenntnisse unter Beweis gestellt werden müssen. Auch Fragen zu deiner Arbeitsweise sind hierbei nicht abwegig. So oder so solltest du also in fachlichen Fragen auch nicht komplett uninformiert sein. Als letzter Teil des Vorstellungsgesprächs ist es üblich, dass du noch einmal die Möglichkeit bekommst, selbst Fragen zu stellen. Und diese Chance solltest du auf alle Fälle nutzen, denn es zeugt nicht nur von deinem Interesse, sondern auch davon, dass du dich mit der Karriere bei der Deutschen Bahn auch wirklich auseinandergesetzt hast. Meine alte Lehrerin hat in der Schule zum Beispiel immer gesagt, dass es keine dummen Fragen gibt und genauso ist es auch im Vorstellungsgespräch. Trau dich also ruhig, alle Fragen zu stellen. Um dich ideal auf dein Vorstellungsgespräch bei der Bahn vorzubereiten, empfehle ich dir, dich mit unserem Deutsche Bahn Online Test Trainer von Testhelden auf das Interview und das gesamte Auswahlverfahren vorzubereiten. Darin gehen wir auf alle relevanten Themen genauer ein und unterstützen dich mit Beispielaufgaben sowie mit Tipps und Tricks rund um deine Prüfung. Check dafür einfach mal den Link in der Videobeschreibung. Und lass uns außerdem gern ein Abo da, um zukünftig kein Video mehr zu deinem Traumberuf zu verpassen. Wir von Testhelden wünschen dir jetzt auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei der Vorbereitung und heißen dich ganz herzlich willkommen in unserer Community.